GEA-Hilge ist das Kompetenzzentrum für hygienische Pumpen innerhalb des weltweit agierenden GEA-Konzerns. Unsere hochwertigen Pumpen, engineert in Germany, basieren auf neuester Technologie und sorgen so für zuverlässige Prozesse bei der Förderung anspruchsvoller Produkte in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke, Milchverarbeitung und Pharma. Umgeben von Weinbergen an unserem Standort in Bodenheim in der Nähe von Frankfurt am Main entwickeln wir seit 1862 fortschrittliche Pumpen und Prozesse gemeinsam mit unseren Kunden. Unsere jahrzehntelange Erfahrung mit den Betriebsabläufen und Anlagen unserer Kunden unterstützt die optimale Pumpenauswahl für jede Anwendung. Mit unserem breit aufgestellten Produktportfolio aus Kreisel- und Verdrängerpumpen steht unseren Kunden ein besonders vielseitiges Sortiment zur Verfügung. GEA-hygienische Pumpen zeichnen sich durch dauerhafte Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Effizienz aus und sorgen somit für störungsfreie Prozesse und reduzierten Verbrauch wertvoller Ressourcen. Die konstruktiven Besonderheiten unserer Pumpentypen stellen die schonende Förderung der jeweiligen Medien sicher und sorgen für höchste Zufriedenheit bei unseren Endkunden. Unsere oberste Aufgabe ist es, einen exzellenten Service für unterschiedlichste Kundenansprüche zu bieten. Und das beginnt schon beim Design. Unsere Pumpen entsprechen höchsten Hygienestandards, sind wartungsfreundlich und auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgelegt. Für die Herstellung verwenden wir Edelstähle und weitere hochwertige Materialien, deren Güte durch eine durchgängige Qualitätssicherung sichergestellt wird. Modernste Fertigungstechniken und die robuste Ausführung unserer Pumpen garantieren eine lange Lebensdauer und damit Ausfallsicherheit im Einsatz bei unseren Kunden. Alle Fertigungsprozesse werden dazu genauestens überwacht. Um schnell die Wünsche unserer Kunden realisieren zu können, haben wir eine Vielzahl von Komponenten vorrätig. Durch die effiziente Supply Chain verfügen wir immer über eine optimale Lagerhaltung der wichtigsten Bauteile und können so schnell auf Kundenanfragen reagieren. Durch den Einsatz von GEA-Pumpen können erhebliche Kosteneinsparungen realisiert werden. Sorgfältig dimensionierte Hocheffizienzmotoren bewirken einen geringen Energieverbrauch. Direkt nach der Montage wird jede Pumpe an unserem Prüfstand abgenommen. So stellen wir sicher, dass unser Anspruch an Qualität und Güte auch bei unseren Kunden ankommt, natürlich mit entsprechendem Prüfprotokoll. Sind alle Komponenten und Dokumentationen zusammengestellt, sorgt unsere Versandabteilung für eine umweltgerechte Verpackung und einen sicheren Transport direkt zu unseren Kunden. Weitere Produktionsstandorte in den USA, Indien und in China bieten darüber hinaus eine kundennahe Produktion in anderen Teilen der Welt. Sind die Pumpen an unsere Kunden ausgeliefert, ist der Prozess aber noch nicht zu Ende, denn Service wird bei uns großgeschrieben. Mit unseren Hands-on-Trainings bieten wir einen interessanten Einblick in das Innenleben unserer Pumpen. Darüber hinaus stellen wir Service-Videos und ein weltweites Service-Netzwerk zur Verfügung. Natürlich bieten wir auch eine fachgerechte Reparatur in-house an und eine globale Ersatzteil-Logistik rundet unseren After-Sales-Service als festen Bestandteil ab. Durch qualifizierte Mitarbeiter, ein breites Produktsortiment sowie modernste Pumpentechnologie und weltweiten Service ist GEA-Hilge in Bodenheim das Kompetenzzentrum für hygienische Pumpen innerhalb des GEA-Konzerns.